Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 50 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Glöm inte att prenumerera på den här kanalen. Ich bin mit dem Ergebnis meiner Arbeit zufrieden. Ich bin mit dem Ergebnis meiner Arbeit zufrieden. Ich bin mit dem Ergebnis meiner Arbeit zufrieden. Ja, er nöjd med Resultatet av mitt arbete. Möchtest du auch einen Kaffee? Möchtest du auch einen Kaffee? Möchtest du auch einen Kaffee? Will du också ha' Kaffee? Ich bin bei der Arbeit eingeschlafen. Ich bin bei der Arbeit eingeschlafen. Ich bin bei der Arbeit. Elena und ihr Hund laufen an einer hellblauen Tür vorbei. Elena und ihr Hund laufen an einer hellblauen Tür vorbei. Elena und ihr Hund laufen an einer hellblauen Tür vorbei. Ich erstelle Diagramme am Laptop. Ich erstelle Diagramme am Laptop. Ich erstelle Diagramme am Laptop. Ich skapar Diagramme am Laptop. Die gassen zwischen den häusern sind eng. Die gassen zwischen den häusern sind eng. Die gassen zwischen den häusern sind eng. Gränderna mellan husen e smala. Anna hält einen Igel in ihren Händen. Anna hält einen Igel in ihren Händen. Anna holer ein Igelkott i sina Händer. Robert gibt den Kühen Heu. Robert gibt den Kühen Heu. Robert gehr Hö till Kona. Mia steht am Rand des Feldes. Mia steht am Rand des Feldes. Mia steht am Rand des Feldes. Mia står i kanten av Fältet. Robert spielt Gitarre in der Nähe des Wasserfalls. Robert spielt Gitarre in der Nähe des Wasserfalls. Robert spielt Gitarre in der Nähe des Wasserfalls. Robert spelar Gitarre nära Vattenfallet. Fotografierst du den Baum? Fotograferar du Trädet? Fotograferar duträder in der Nähe des Kölner Doms. Vi var nachts in der Nähe des Kölner Doms. Wir waren nachts in der Nähe des Kölner Doms. Wie befann uns in Närheten av Kölns Domkyrka på natten? Der elektrische Trennschleifer hilft mir bei der Arbeit. 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 Ich sitze im Schatten am Fuse des Baumes. Ich sitze im Schatten am Fuse des Baumes. Ich sitze im Schatten am Fuse des Baumes. Die Treppe ist voller Herbstlaup. Die Treppe ist voller Herbstlaup. Die Treppe ist voller Herbstlaup. Trapporna är fulla av Höstlöv. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Här kommen Repriser. Hast du dir die Hände gewaschen? Hast du dir die Hände gewaschen? Hast du dir die Hände gewaschen? Hast du meine Hände gewaschen? Ich habe meine Arbeit beendet. Ich habe meine Arbeit beendet. Ich habe meine Arbeit beendet. Ich habe noch eine Tasche für dich. Ich habe noch eine Tasche für dich. Ich habe ein neues Spielzeug für dich. Ich habe noch eine Tasche für dich. Maria hat rote und blaue Farbe im Gesicht. 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 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Glöm inte att prenumerera på den här kanalen. Und gib uns bitte ein Like. Und gib uns ein Like. Ich habe noch eine Tasche für dich. Ich habe noch eine Tasche für dich. Ich werde noch eine Tasche für dich. Ich werde noch eine Tasche für dich. Vielen Dank.